Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Im Holzfäller können machen Männer ihre Arbeit. Der Land Rover fährt in die Stadt, um für die Männer Proviant zu holen. Aber es war ein schwieriger Weg, denn es gab Hochwasser. Es ist nicht sicher, ob er den Weg durch den Fluss schafft. Und jetzt ist es fertig. Da kommt der Fluss. Davor ist der große Fluss. Der muss irgendwie da durch. Der Fahrer bemerkte nicht, dass der Fluss total angestiegen ist. Und der ist fertig. Ich glaube, er rutscht schon. Oh-oh. Sieht nicht gut aus. Gar nicht gut. Der Landy ist umgekippt und hat sich in Stein festgehangen. Sofort. Abschlepper und Feuerwehr. Die Polizei muss kommen. Es sieht nicht gut aus von hier. Sofort. Der Jeep geht weiter unter. Wir müssen sofort Rettungskräfte müssen kommen. Sofort Rettungskräfte müssen kommen. Sofort Rettungskräfte. Sofort Rettungskräfte. Sofort Rettungskräfte. Wir kommen da nicht dran. Wir müssen einen Monsterabschlepper holen. Die Polizei soll über Funk Bescheid geben. Abstepper kommt die Rettungskräfte. Abstepper kommt die Rettung her. Sofort Rettungskräfte wird. Hallo Männer. Ja, wir können es hinkriegen. Wir müssen aber auf die anderen Seite kommen. Wir fahren einfach drüber. Es geht nicht mit unserem Jeep. Der ist nicht geländefäßig. Das schafft die Furt auch nicht. Wir können es mit unserem Monster Truck probieren. Okay, wir bleiben hier. Wir müssen mit unserem Monster Truck da durchfahren. Seine Stiefel sind schon voll Wasser gelassen, aber der kann sich noch ein bisschen retten. Er hat sich erst auf eine Insel gerettet. Er sitzt nah am Wasser. Danny ist inzwischen total voll gelassen mit Wasser. Aber Sarah konnte sich auf eine Insel retten. Aber er ist dann wieder runtergefallen sofort. Er musste wieder hoch. Das war einfach auch. Das schaffen wir auch. Das ist klar. Wir probieren es einfach mal. Oh, oh. Keine gute Idee. Guck doch. Aber der sieht nicht, dass es da so tief ist. Der ist jetzt einfach da rein. Oh, oh. Nicht gut. Der fährt aber noch weiter. Und fährt in die tiefste Stelle im Fluss. Oh nein. Wir stecken fest. Oh nein. Wir stecken fest. Oh nein. Wir stecken fest. Punkt. Wir stecken fest. Der Tollschlag ist zu stellen. Der Tollschlag ist zu stellen. Der Tollschlag ist zu stellen. Bei der Klappe ist zu stellen. Bei der Klappe von dem Polizisten liegt auf dem Stuhl. Der Polizisten sieht so aus, als geht es ihm nicht gut. Guck doch, Piet. Sieht nicht gut aus. Was meinst du? Sieht nicht gut aus, nicht wahr? Wir ziehen ihn mit der Winde raus. Wir haben den Winde auch schon festgemacht. Gerade der Wolfschlag ist etwasatkativ. Loaded ist einvas elfauf. Ah keine Karne kam. Wir stellen den miteinander verbunden. Bitte bal gradient. Okay, so, der Polizeichieb ist draußen. Biet, der Mensch, der mitte runter und weg. Der mutige Fahrer zieht die Kette bis raus ins Wasser. An der Kette kann sich der Lenny-Fahrer retten, aber Biet ist auch nicht so geschickt, weil jetzt ist der da und der da drüben. Das befestigt der die Kette am Lenny. Alle Personen und Fahrzeuge gerettet. Der Toad Rock kann wieder in seine Basisstation zurückfahren. Wir bräuchten aber auch mal so eine Toad Rock Station. Der Toad Rock Das war's. Das war's.